Hallo, es ist Dezember, das heißt kurz vor Weihnachten und ich dachte mir, ich mache ein kleines World of Warcraft Nerd DIY Weihnachtsvideo. Alles was er dafür braucht sind ein paar Weihnachtskugeln, ich habe mich für schwarze, weiße und goldene entschieden, ein paar Eddings, ich habe rot, schwarz und weiß besorgt und Zeit. Das Video ist eigentlich ziemlich selbsterklärend, ich habe mir Symbole aus WoW rausgesucht und diese lediglich mit den Eddings auf die Kugeln gemalt. Ich hoffe euch gefällt das Video und ihr kriegt vielleicht ein paar Ideen für euren coolen Nerd Weihnachtsbaum und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen oder ein Abo und jetzt viel Spaß. Musik 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 Musik